Ah, 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 ich hoffe wir laufen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Füllen ist selben Tag. Und Klaus, der einzige deutsche Podcast mit Wasser in den Augen, Feuer unterm Hintern und Luft im Darm. Uh, ist das ein neuer Superheld? Warum eigentlich nicht, warum? Was hast du denn jetzt in die Hand genommen? Ein Glas Wasser. Ja, stimmt, ist er auch schon wieder. Fancy, dieser. Oder ein Gliedermahrstab da vorne, was hast du vorher auszumessen? Mein Glied. Heißt ja wirklich so, ne? Die meisten sagen ja Zollstock. Verrückte Sache, ist meist ohne Zollangabe drauf. Aber gut, wir sagen ja auch Auspuff und nicht Endschuldämpfer. Die Stimmung. Was ist los? Was ist dir passiert? Warum sind deine Haare nass? Was? Ich war duschen. Warum hast du so viele Brusthaare? Magnum. Ich war duschen. So trägt man das in den 80ern. Nice. Hast du jemals überlegt? Wo ich meine nächste Zeitreise hin? Hast du jemals überlegt, einfach mal so richtig schön intensiven Schnäuzer zu tragen? Also ich meine jetzt... Wäre nicht? Ja. Ich meine, jetzt klingt es so langsam aus. Die Liebste haben das halt alle vor zwei Jahren intensiv getragen. Jetzt siehst du so ein paar verspielte Spätjugendliche, die es halt nochmal probieren. Und jetzt wäre, glaube ich, die Zeit zu sagen... Jo! Ja. Wobei, wenn, dann gleich richtig voller Hulk Hogan. Also den Hulk Hogan... Schnäuzer und dann an den Läfzen runter. Okay, aber dann nicht drei Tagebarte im Hintergrund und den dann noch schwarz färben? Nee. Der Rest schön glatt rasiert. Oder war es blond und der Bart war schwarz? Irgendwie hat er doch so eine krasse, krassen... Aber du würdest so bis... Du würdest die Läfzen runtergehen? Ja. Also ich finde das halt auch ganz geil. Beziehungsweise gab es hier diese... Oder gibt es, glaube ich, noch diese Orange County Shoppers, wo der alte Chef... Ich weiß nicht, wie er heißt. Und der hatte den nicht bis zum Kinn runter, sondern der hatte den am Hals auch noch runter. Also es ist richtig so ein bisschen aus wie ein Hund. Er sah irgendwie aus wie ein Hund. So muss es sein. Und der hat auch die ganze Zeit, wenn er geredet, dann... So irgendwie wirkt er so ein bisschen bellig. Entweder so, dass so ein schöner Bürgerkriegsbad aus den USA... Wo nur so die Koteletten einfach verlängert sind... Oh, das ist ja quasi... Und der Mund ganz frei. So ein bisschen die ausgefranste Version von dem, was ich damals hatte. Meine Laser-Koteletten. Mädels fanden das immer scheiße. Die Jungs sagten immer geil. Also ich glaube, alles, was so ein bisschen extrem eklig ist... Das ist halt wie so ein Autotattoo. Ja. Und frisurentechnisch würdest du... Ich meine, du hast ewig schon in Variation, sage ich jetzt mal... Fokuhila. Ja, so schlimm ist ja auch nicht. Aber hattest du mal irgendwie... Du hattest doch mal zu Bundzeiten irgendwas Rasiertes, oder? Oder warst du immer so ein Wilder? Ich fahre halt kurz, aber... Hast du einfach nur einheitlich Raspel-mäßig, oder hattest du da so ein... Ein bisschen so wie du jetzt gerade. Echt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ein bisschen kürzer musste ich noch. Also wegen nichts auf den Ohren haben, oder was? Ja, genau. Ohren und Nacken frei und Haupthaar kurz ist die Devise. Ja, aber dein Haupthaar ist ein bisschen zu lang. Damit wärst du nicht durchgegangen. Ja, okay, aber heutzutage... Aber... Ich glaube, heutzutage... Heutzutage sind sie froh, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer nicht auf Besuch ist. Mit ihrem neuen Twitter-Handle, at akk47. Hast du das mitgekriegt mit diesen Lidl-Rollern, die halt alle ausverkauft, beziehungsweise erst Aldi, dein Lidl? Ich hab's nur in der Nachrichtenübersicht gesehen. Ja. Die E-Roller. Fände ich irgendwie... Ich hab da irgendwie mal reingeschaut, war mir interessiert, aber ich hab den wohl nicht mehr gefunden, beziehungsweise gab's halt einen, der noch zur Verfügung stand, aber der war... Also interessante Bauweise, weil da haben sie halt irgendwie drei verschiedene, drei oder fünf Akkus eingebaut und die halt alle aber so versetzt. An anderen Stellen, aha. So, man hatte das Ding ganz normalen, so ein Helmfach unterm Sitz, was die anderen ja nicht haben, weil die halt dann da verbaut sind. Blöd fand ich halt nur, du konntest den Akku nicht rausnehmen. Also es war für alle, die halt ein Haus haben mit Außenanschluss, das ist jetzt innerstädtisch ein bisschen... Oder du holst dir halt so eine 50 Meter Verlängungsleitung und legst dir halt einfach... Oder eine große Powerbank. Ja. Genau. Ich leid die Powerbank, um die Powerbanks aufzuladen. Äh, interessant. Ne, ich hatte das ja nur so in der Nachrichtenübersicht gesehen, aber ich dachte halt, das ist so viel anders als dieses Ding, was damals Oscar beim Prime Day geleased hat, kann das ja nicht sein eigentlich. Ach, das war über Amazon? Ja, ich glaube ja. Ja. Ja, das ist halt einfach wahrscheinlich ein bisschen günstiger, ne, als damals. Das wahrscheinlich, aber ich glaube... Also ein Tausend hat das hingekostet. Ich meine, diese ganzen Lidl und Aldi-Sachen sind doch auch oft eigentlich gar nicht günstiger, als wenn du so die Discounterware holen würdest. Ich weiß nicht, dass damals, als die ersten Aldi-Rechner rauskamen, dass da halt echt Leute gezeltet haben vor Aldi. Und dass Starbuck vergleichsweise damals nichts anderes gab, also, wo da halt einfach die Leute nicht gesucht haben. Ich glaube, dass die Sache war halt, das war damals ja noch die Zeit, wo du, wenn du günstig einen Rechner haben wolltest, dir den selber zusammenbauen musstest. Echt? Ich dachte, das gerade wäre teuer. Du meinst so ein Tower aufbauen und sich da alles reinstopfen. Ich dachte, das wäre das Teuerste, wenn du alle Elemente reindrückst. Ne, das ist, wenn du den fertig kaufst. Das waren dann halt immer so diese Nepper-Schlepper-Bauernfänger-Preise. Bei so Geschäften wie Phobis, falls du die noch kennst. Gibt es das nicht mehr? Das würde mich überraschen, wenn es Phobis noch gäbe. Aber Gravis gibt es doch. Ja, aber die haben ja auch eine spezialisierte Nische. Also, ich meine, Phobis haben ja wirklich damals einfach nur so Tower-PCs zusammengestellt und hatten so ein bisschen Office-Software. Und wenn du bei Gravis mal reingehst, dann findest du halt alles Zubehör, was du halt für einen modernen, digitalen Lebenswandel brauchst. Und die reparieren dir alles. Hast du ehrlich, Gravis oder Gravis? Ich würde jetzt mal Gravis sagen. Ja, spannend. Mensch, es sieht hier so ein bisschen freier aus. Ist hier irgendwas passiert? Jetzt fällt Dirk auf, dass eine der Wände hier raus ist. Irgendwas ist hier anders. Ist weniger, das Haufen-System hat sich ein bisschen verdünnt. Für 20 Euro kann ich hier eine günstige Golftür geben. Golftür, achso. Ja. Welches Baujahr? 97. Ich brauche 93. Lass es 20 Euro sein. Klopfen wir dir zurecht. Gibt es die Ludolfs eigentlich noch? Einer ist ja vor mehreren Jahren verstorben. Aber die anderen drei? Ich würde behaupten, die gibt es. Die haben alle versucht halt irgendwie, sehr, sehr spät haben sie es geschnallt. Aber die haben halt alle, glaube ich, versucht ein bisschen die Medien zu entdecken. Also Twitter, Instagram und Co. Weil sie gemerkt haben, dass sie halt da schon ihre Follower generieren können. Und da halt, also ich denke mal, da ist dann irgendwie so ein fümschiger Manager, der halt alle C-Promis halt irgendwie. Und das sind ja echt mittlerweile so Berufe, die sagen, ich habe die Masse an C-Promis. Also die armen Gesichter, die sich dann halt irgendwie in Trash-Tefi reinstellen. Und dann ziehe ich die halt einfach anderthalb Jahren durch alle möglichen Dorfdiskotheken teilweise. Du hast hier ein Influencer-Angebot von kaktuserde.de. Ne, ich meine aber, die haben ja dann wirklich, also das Höchste in Deutschland ist ja dann halt irgendwie Dschungel. Und da kannst du dir dann anderthalb Jahre sichern und hast dann halt irgendwie deine 5.000 bis 10.000 Euro Disco-Auftritt. Was ja echt krass ist so. Das sind ja dann halt Mallorca-Star-Gehälter. Und also jetzt nur um das Geld zu sehen. Das haben wir damals für unseren Auftritt im Kuhdorf nicht bekommen. Da gab es 50 Euro und Platzwohn an der Stirn. Und ein Jägermeister. Oh ja, stimmt. Und Stripperbrüste. Und wir standen da wie 14-Jährige und waren am Zittern und Schämen. So würdet ihr alle auch da stehen. Genau. Ja, nee, ich meine aber, was ich sagen wollte, da ziehen die Manager die armen Gesichter ja einmal durch. Und dann ist der nach anderthalb Jahren verbraucht. Dann haben die aber schon den nächsten so. Wie die Frauen von Lothar Matthäus. So. Aber die sind nach anderthalb Jahren auch zu alt, fairerweise. Gibt es den noch? Ja, ja. Ich meine, gibt es den immer noch mit so Frauen, die so alt sind wie seine Tochter? Die sind inzwischen deutlich jünger. Das ist hier der, das was für eine, was für eine arme Seele eigentlich. Kennst du, habe ich dir das mal erzählt, diese Geschichte mit seinem Vater? Nein. Das ist eigentlich total, total die süße Geschichte. Sein Vater, Lothar Matthäus kommt ja aus Herzogenaurach, also da, wo Puma und Adidas ihren Hauptsitz haben. Irgendwo im Süden ist das. Genau. Und sein Vater war Hausmeister bei Puma. Und Lothar Matthäus hat am Anfang bei Mönchengladbach gespielt, auch von Puma ausgerüstet. Und dann sollte er zu Bayern wechseln. Aber Lothar Matthäus hatte Angst vor dem Wechsel zu Bayern, weil Bayern nicht nur von Adidas ausgerüstet wird, sondern die sind auch mit Adidas eng verbandelt. Also die haben gegenseitig Aktienanteile und Adidas sind als eigener bei Bayern und umgekehrt. Und er hatte Angst, dass sein Vater entlassen wird, wenn er zu Bayern wechselt. Ach krass. Und dann musste... Okay, aber ein bisschen kurz, seid ihr kurz gedacht, oder? Ja, dann musste der FC Bayern ihm zusichern, dass sein Vater, wenn das passiert, bei Adidas eine gleichwertige Position bekommt. Ach, also die haben wirklich alle spekuliert, dass es passieren würde? Ja, ich meine, die wollten es zumindest nicht ausschließen. Aber ich meine, er ist Hausmeisterposition. Aber die waren halt damals echt, also das ist nicht so wie heute, also da herrschte damals wirklich noch Animosität zwischen den beiden Konzernen. Das war... Naja, heutzutage würdest du es einfach durch die sozialen Medien schieben und dann wären die am Arsch. Ja, also ich meine, heutzutage undenkbar, aber damals, es waren halt noch so die Epochen, wo die verstrittenen Brüder die beiden Firmen gegründet hatten. Und die beide waren noch schwer involviert und das war, ja, da war noch ordentlich so Geheimdienstkriegsführung angesagt zwischen den beiden. Ja, naja, aber ich meine, eigentlich, wo du denkst, ach, charakterlich so ein süßer Typ, aber leider... Ich meine, ich weiß nicht, ob das diese eigene, diese eine Sache halt ihn so süß macht. Ich glaube, es macht halt schwer zu schaffen, dass er eine IQ von 60 hat. Ja, ich würde ja behaupten, dass solche Leute es gar nicht mitkriegen. Ja, mit einem IQ von 60, dass du, wenn da, also alles, was über Sabbern auf dem Sofa hinausgeht... So, 60 ist schon eine harte... Nee, aber ich meine, Lothar Matthäus, ähm... Was macht der eigentlich? Der ist ein bisschen ein Berater im Fernsehen für Sky. Diese Berater-Scheiße. Ja, aber der kann halt nur für Sky arbeiten, der kann halt... Der war halt auch immer jemand, der sich von der Bild hat so ausnutzen lassen. Äh, und war halt quasi deren Kabinenreporter bei jedem Verein, bei dem er gespielt hat. Deswegen bekommt er halt heutzutage, selbst wenn er der größte Trainer der Welt wäre, könnte kein Verein es sich leisten, den einzustellen. Wie meinst du... Weil das... Sämtliche Interna über den Verein werden dann offengelegt. Achso, weil du weißt, dass der Typ... Ja, und das sind nicht so, nicht so ehrliche Leute, alle wie Clemens Tönnies von Schalke. Clemens wer? Tönnies, der Schalke-Vorstandsvorsitzende oder Aufsichtsratschef, glaube ich. Okay. Der, ne, also wirklich ein einwandfreier, charakterlicher Mensch, der erst neulich gesagt hat, der einzige Weg, die Welt besser zu machen, ist, Kraftwerke in Afrika zu bauen. Damit es dann nachts nicht dunkel ist, dann machen sie nicht so viele Kinder. Dafür macht er jetzt ein paar Wochen Pause, bis der Skandal... Wie der Verein sagt, nur von wegen Pause machen und nicht auf Wiedersehen? Ja, das ist... Das beschreibt auch ein bisschen den Verein, oder? Ja, Schalke ist schon... Geil, ey. Ich meine, ich finde, der Schalke ist eh so ein unsympathischer Verein. Die haben auch immer so ein Händchen dafür, so unsympathische Spiele einzustellen. Aber das geht offensichtlich bis ganz nach oben. Naja. Gute Laune. Wenn ihr das hört, dann ist der Klaus schon ein Jahr älter. Ist das richtig? Das ist so faktisch nicht richtig, auch wenn wir jetzt in einem Jahr... Du weißt, was ich meine. Er hat eine neue Zahl bekommen. Die 5 scheidet völlig aus. Nee, die 5 scheidet, glaube ich, gar nicht aus. Wie dem auch sein mag. Wollen wir zur Frage kommen. Bist du schon aufgeregt? Ja. Ich will nicht drüber reden. Okay. Ja, hau die Frage aus. Du hast ja jetzt auch alle... Wie sieht ein guter Geburtstagskuchen aus? Du hast ja alle Edgar Wright-Filme gesehen. Habe ich? Weiß ich gar nicht. Die großen zumindest. Welche sind denn die großen? Hot Fuzz. Shaun of the Dead. World's End. Scott Pilgrim vs. The World. Und Baby Driver. Was ist... Scott, ist das dieser... Jetzt sagt man schon, den hast du eventuell nicht. Mit Michael Cera, dem Sohn aus Arrested Development. Äh, doch. Irgendwie so ein komischer Dance-Off oder so ein komischer Kampf, oder? Er kämpft gegen die sieben Ex-Freundinnen. Ja. Sieben Ex-Freunde von dir. Ja, so Comic-Ding auf. Ja. Ja, habe ich gesehen. Das sind die Edgar Wright-Filme. Da können wir mal drüber reden, welcher der objektiv Beste ist. Objektiv Beste? Objektiv Beste. Das ist schwierig. Nee. Was du mir so eine subjektive Frage stellst. Ja, ich meine... Dirk steigt schon langsam der Schweiß an den Hals. Ich weiß nicht, ob wir hier verbindliche Aussagen treffen dürfen. Ja, ich hätte ja schon relativ schnell was rausgehauen, aber ich weiß nicht. Du weißt also, Baby Driver hast du ja... Wir können mal über alle kurz reden. Also auch generell, was die Filme so ausmacht. Baby Driver hast du ja neulich erst gesehen. Mhm. Und deine Meinung dazu? Insgesamt? Außer, dass du Kevin Spacey für sein Privatleben verehrst, wie du hier schon mehrfach on air gesagt hast. Ja, ja. Ja, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das war dann erstmal ein bisschen überraschend, als der dann da auftauchte. Der Baby Driver hat mich ein bisschen an Sebastian aus Eiskalte Engel erinnert. Ryan Phillippe, ein großer Schauspieler im Jahr 98. Hat der irgendwas noch gemacht danach? Obwohl das so ein scheißguter Film war, oder? Nein. War es nicht? Wirklich nicht. Echt nicht? Wenn du den jetzt ansiehst, der ist schrecklich gehalten. So wie Clueless. Oder ist Clueless gut? Clueless ist bestimmt super, oder? Wie hieß sie nochmal? Jennifer? Nee, hieß sie Jennifer? Alicia Silverstone. Ja, die fand ich ganz toll. Ich hoffe, wir vergessen haben. Witzigerweise in Clueless spielt auch Paul Rudd mit. Das ist ja witzig. Der Ant-Man ist der Ant-Man ist, der kaum gealtert ist in den letzten Clueless von 92. Ist das nicht der Typ, der auch jetzt in Hobbs & Shaw mitspielt? Als Agent kurzer Auftritt? Weiß ich nicht. Der zum Schluss sagt, von wegen er hat. Da du der einzige Mensch in Deutschland bist, der überhaupt seinen Show gesehen hat. Ich würde sagen, bei den Zahlen nicht wirklich. Andersrum wärst du wahrscheinlich einer der wenigen, das du nicht gesehen hast. Der nicht eingeschlafen ist. Ja, gut. Da hast du wirklich die Zahlen komplett verpasst. Bester Film aller Zeiten, habe ich letztens bei A Cinescope gelesen. Gut, Cinescope, ne? Die sind ja jetzt auch nicht bekannt dafür. Nee, aber die Verkaufszahlen sind schrecklich gut. Echt? Der kommt gerade nichts wirklich gegen an. Also die würden wahrscheinlich Avengers dich halt wegschlagen, aber... Gerade läuft auch nichts. Aber, ähm... Nee, ich meine jetzt auch in der Historie der Actionfilme so. Also der erfolgreichste Fast & Furious auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, nicht so schwer. Das ist relativ schwer, glaube ich. Meinst du? Ich glaube, der letzte war relativ erfolgreich. Also Paul Rudd... Wieso ist das nicht Tokio Drift 3 oder sowas gewesen? Sowas, was keiner mehr kennt? Die ganzen Schauspieler überhaupt keiner kennt? Wer ist da aufgetaucht? Da war The Rock und dann ist halt irgendwie Vin Diesel und der Rest kennt kein Mensch. Äh, äh... Also sonst auch mal so... Helen Mirren spielt doch jetzt auch mit. Ja, siehst du, kennt ja keiner. Ähm, Helen Mirren und... Wie heißt der, der 80er-Jahre-Typ aus Chinatown? Ähm, der Hauptdarsteller... Willem Dafoe. China. Willem Dafoe und Matt Damon zusammen in einem... Kurt Russell. Kurt Russell spielt doch mit. Alec Baldwin, Alec Baldwin nicht auch mal? Oder hat Alec Baldwin nur bei Mission Impossible den Chef gespielt? Das ist ja voll durcheinander, oder? Verwechselst du das mit eine Leiche zum Dessert? Hat Peter Fork nicht auch noch ein Auto gefahren? Corona auf jeden Fall. Corona sollte immer die Hauptrolle spielen. In allen Fast & Furious Filmen. Denn Corona ist das mit Abstand delikateste Bier, was man nur trinken kann. Corona extra. In großen Mengen. Hatten wir das nicht mal in der Lampe? Ja. Jungs, das ist wie eine Maisbrause. Lasst einfach weiter trinken. Am nächsten Tag standen wir alle in der Lampe. Jeder Herzschlag hat wehgetan. Ja, es ist also richtig, richtig. Es ist ein bisschen, als ob man einfach den Saft aus so einer Dose Mais trinkt. Ah. Aber gegoren. Dass er auch ein paar Prozent hat. Oh, hast du das mitgekriegt mit dem, was war das, nicht ein Duff, aber irgend so ein Light-Bier, das jetzt Werbung gemacht hat von wegen, das erste Bier, was man so relaxed in der Dusche trinken kann? Das haben sie auch bei Meanwhile, bei Stephen Cobert das dann präsentiert. Das ist, also mit Verlaub, dieses ganze amerikanische Bier, was immer so ein bis zwei Volumenprozent hat, kann man weder als Bier bezeichnen, noch trinken. Ja, aber in der Werbung siehst du halt dann jemanden, der halt irgendwie gerade irgendwie nach Hause kommt, Sachen unterschmeißt, Duschvorhang weckt, die Dusche halt auf und dann siehst du, wie seine Hand so gleitet in den ganzen Dusch geht vorbei und greift halt so ein, keine Ahnung, Corona Extra Light Bath Smooth oder sowas und so eine Dose natürlich. Und generell Werbung, also wann hast du letztes Mal in Deutschland halt irgendwie eine Bierwerbung gesehen mit einer Dose? So, also dieses Dosen-Genuss-Ding. Ich habe eh lange keine Bierwerbung mehr gesehen, ich gucke gar keinen Fan. Ich gucke keinen Fan. Und bei YouTube bin ich nicht in dem Bierwerbe-Zirkel. Du kriegst schon die ganzen Diapers-Dinger. Ja, für Erwachsene. Ach, ja, das ist so eine Tena-Ladies-Extra, da kannst du auch schon mal ... Kannst du auch als Schlafmaske tragen. Ja, als Schlafhelm würde ich die eher tragen. Dann kannst du halt einfach mal so ein Wochenende durchbingen, wenn du da halt irgendwie eine Serie hast, ohne aufzustehen. The Boys zum Beispiel. Ja. Aber woher hängen wir jetzt? Baby Driver. Ja. Oder wir können auch chronologisch vorgehen. Das ist, der erste ist von den Großen, davor hat er Spaced gemacht, auch mit Frost & Peg. Der erste ist Shaun of the Dead. Der, ne, beworben wurde als romantische Komödie mit Zombies. Ist er ja auch. Ja. Da ist so viel Liebe drin. Ja. Dann gibt es einen ausgewachsenen Harry Potter noch, der auftaucht und dann stirbt. Ach, den, den, ja. Ja. Ich, ich finde ja einfach, ich hätte, ich glaube, beim ersten Sehen oder jedes Mal, wenn ich ihn noch mal sehe, bin ich echt überrascht, dass er so brutal ist. So brutal gut? Hm. Ne, aber der ist halt schon wirklich gory. Also ... Gory? Äh, na ja, halt so, so große blutige Gewalt. Ja, aber schon im englischen Humor, dass man dann halt irgendwie viel Gedärme rauszieht, wo man denkt ... Ja, aber es ist schon, also es ist schon da auch ein Zombiefilm. Ja, ja. Es ist halt nicht nur eine Komödie mit Zombies. Ähm. Liebe ist aber auch drin. Äh, so ein bisschen anders als Zombieland. Ja. Dass du den gesehen hast, den ich auch wirklich nicht gut finde und der jetzt einen zweiten Teil bekommt. Ich wollte gerade sagen, jetzt gibt es ja den zweiten. Also ich fand den zeitweise lustig, ich fand halt den Bill Murray Part halt sehr gut, dass er halt dann Bill Murray sich extra verkleidet so in seinem eigenen Kino und den einen überrascht und dann, was wurde er, angeschossen oder erstochen oder sowas? Angeschossen, glaube ich. Gott, was Bill Murray umgebracht hat. Oh, oh, oh. Ja, das fand ich halt irgendwie ... Ja, aber, äh, Shaun of the Dead finde ich wunderschön. Wunderschön. Also ich fand halt auch, ähm, die Liebe da zu seinem, zum Freunden, zu seiner Partnerin, zum geselligen Bier trinken, da waren ja sehr viele, ähm, Elemente drin, die man mit Liebe verbinden könnte, das gemeinsame Computerspielen, was ich auch sehr schön fand zum Schluss, dass, ähm, das, äh, das Einsetzen der Zombies in irgendwelche einfache Tätigkeit im Alltag, ähm, ähm, zurückräumen, der einfachen Wagen. Einkaufswagen, ja. DAX-gelistetes Unternehmen führen, so Sachen halt, für die man kein Gehirn braucht, ja. Die Musik war sehr schön, die war sehr, sehr ... Ich glaube, ich hatte damals sogar einen Soundtrack mir gekauft. Hm. CD. Wann kam der denn raus, der erste? 90er, oder? Nee, jetzt, jetzt müsste es 2004 gewesen sein. Echt doch? Plus, Minus. Okay. Ich hätte jetzt Ende 90er getippt, aber ... Ein bisschen später. Nee, nee, die sind alle von den frühen 2000ern, äh, und dann geht's halt so ein bisschen die Jahre lang, ich glaub, Hot Fars muss so 28, 27 gewesen sein. Ich hab letztens Pelham 123 gesehen und hab halt irgendwie gedacht, das wäre ein Ende-90er-Film und der ist irgendwie 27 oder sowas. Pelham 123, das ist mit John Travolta. Genau. Der Zugentführungsfilm. Ja. Also, U-Bahn. Mhm. Zug ist ja ein bisschen ... Ach, U-Bahn ist das ja. U-Bahn? Ja. Wo will er denn mit der U-Bahn hin? Also, eigentlich will er direkt nirgendswohin, sondern diese Entführung ist eigentlich ein sehr perfide Plan, dass da halt irgendwie so ein Aktienkurs entweder in den Keller bricht oder in die Höhe schnellt. Und er ist halt ehemaliger Broker und macht halt mit dieser Entführung halt ein Mördergeld. Also, er simuliert dann halt auch eine Übergabe, also ein Geld, was er dann halt von der Stadt haben möchte. Das ist aber eigentlich mehr oder weniger nur für die Leute, die für ihn da arbeiten. Ja. Und das eigentliche Geld macht er halt dann mit dieser Tat, dass er da halt den Aktienkurs mit beeinflusst. Aber er spielt halt gruselig. Also, ich hatte vorher noch nie einen Originalton gesehen und hab das jetzt original gesehen. wie hoch seine Stimme und wie er, also wie so ein Broadway-Tänzer, der halt jetzt einen Gangster spielt. So, ganz, ich meine, er ist ja Tänzer vielleicht deswegen. Aber das fand ich echt bizarr. Er ist auch Scientologe. Man sollte Leute nicht auf ihre Ausbildung reduzieren. So. Ja. Show of the Dead, wundervoll. Ach nee, wir wollten, oder über wen? Ja, ich, also ich finde ja, der macht halt viel, was so diese Edgar-Wright-Formel später auch ausmacht. Auch gerade, was so die Schnitte und Übergänge angeht. Da gab's nochmal dieses YouTube-Video, glaube ich, was mir auch gezeigt hat, dass man gewisse Dinge anders erklären kann. Und da wurde oft Edgar Ryan Dings, zum Beispiel als er bei Hot Fuzz irgendwie aufs Land fährt. Ja, es geht um Every Frame a Painting. Ja. So heißt der Kanal von Tony Zhu, der inzwischen keine Videos mehr macht, weil er irgendwas anderes macht. Und da geht's um Visual Comedy. Genau, und jetzt hat er seine eigene Dildo-Fabrik. Ja. Ja, aber erzähl mal, was da zum Beispiel beschrieben wurde. Es geht halt um so den klassischen Übergang, als Nicholas Angel, der Sarge aus Hot Fuzz, aufs Land fährt. How's your hand? Still hurts. A little bit stiff. Das Ganze wird daran festgemacht, dass er immer mehr Balken vom Empfang auf seinem Telefon verliert. Also das zeigt diesen Übergang. Und das Ganze ist gerahmt durch zwei Taxi-Shorts. Das eine so ein modernes Londoner Taxi mit einem LED-Display und das andere ein altes Taxi auf dem Land, noch mit so einem alten Taxi-Symbol, wo eine Wolframlampe drin ist. Und dazwischen fährt er im Zug und wird immer vom Röhren des Zuges wachgemacht. Und das zeigt ja perfekt diesen Übergang. Und dann verglichen wird es mit einem amerikanischen Film, wo auch ein Cop in eine neue Stadt versetzt wird, was ja auch ein ganz klassisches Trope von so Buddy-Cop-Filmen ist, dass jemand versetzt wird. Und da ist es halt einfach eine Drohnenfahrt wie ein Auto irgendwo langfährt. Millionenfach gesehen. Drunter, ja. Also ich meine, so jeder dritte amerikanische Komödie fängt halt genau so an. Also du hast halt einen Establishing-Shot, siehst dann halt irgendwelche Landmarks von der Stadt, in der du bist, damit du es assoziieren kannst. Ja, und Edgar Wright schafft es halt einfach, das Ganze kreativer zu inszenieren. Ja, ist ja auch im Film, wenn er halt, wenn er, glaube ich, das erste Mal sein Hotelzimmer sieht und dann so erschöpft den, und dann sieht man, glaube ich, wie er, keine Ahnung, so Schnitte, schnelle Schnitte, wie er halt die Tasche hinstellt und bam, zack, und dann wie die Tür schließt und da ist er, und dann öffnet er die Tür und ist er im Local Pub oder sowas. Und man weiß sofort von wegen, das Zimmer ist zu viel, er muss raus, sonst was. Und das muss man jetzt nicht übergesigen oder eventuell, dass er auch noch steht und denkt, okay, bin ich jetzt in dieser verdammten Stadt, was mache ich hier, solche, was man halt auch schon drauf macht. Ja, oder halt, oder ein passender Song, der die Stimmung irgendwie vermittelt, was man halt auch nicht braucht. Genau, ich hatte den, ich habe Hotfass auch erst vor ein paar Tagen nochmal gesehen. Ja. Der, finde ich, macht auch, was Hotfass besonders gut macht, ist einfach dieses, der schafft es halt perfekt, diese Sprache aus dem Actionfilm, visuelle Sprache, in dieses komische, bizarre Landleben zu übersetzen. Also halt einmal diese schnellen Schnitte, diese lauten Geräusche, diese Kamerafahrten und teilweise einfach dieses epische Licht, wobei halt eigentlich gerade gar nichts passiert. Ne, die haben, da sind doch auch zwei Filme, es ist Bad Boys 2 und, wie heißt er mit? Point Break. Point Break, genau. Den habe ich mir danach erst das erste Mal angeschaut, wo er in die Luft schießt. Und das macht er ja da auch, oder? Weil er ja seinen Dad nicht, halt, irgendwie abknallen kann. Davor ist Frost auch im Auto und schießt und macht die Waffengeräusche mit. Bam, 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 bam. Ja. Super Cop. Ja. Meet the Cop that can't be stopped. Genau, also die werden ja sogar explizit zitiert, also gerade Bad Boys auch ziemlich viel, weshalb der Anfangs dieser Einstellungsshot, der erste Shot, die erste Einstellung, in der Simon Pegg auf die Kamera zugeht, dieses verlassene Londoner Polizeihauptkort, das könnte auch so aus Bad Boys sein, wie dieser Lensflare sich hinten bricht und sich alles im Boden reflektiert. Zum Schluss gibt es ja die 1 zu 1 Kopie, als sie in einem Miniaturland stehen und dann die Kamera hochfährt und über ihnen der Helikopter gerade fliegt und das ist ja genau dieser Bad Boys. Genau, diese typische Michael Bay Shot mit langem Objektiv um die Figuren herumfahren, während sich irgendwas anderes noch auf die Kamera zubewegt oder von der Kamera weg. Und während die Protagonisten aufstehen. Das ist einfach mehrere Bewegungen auf einmal zu so einem Tanz vereint. Ja, Timothy Dalton auch total geil als Bösewicht. Oder einer der Bösewichte. Es still hurts. Ich finde auch, was Hot Fuzz halt nochmal besser macht als Show of the Dead, ist, dass wirklich jeder Satz in Hot Fuzz Gewicht hat. Weil entweder ist es halt eine Vordeutung auf irgendwas, was passieren wird, irgendjemand gibt explizit schon seine Schuld zu oder es ist halt irgendein Witz oder irgendwas, was sich später verhakt oder was später einen Payoff hat. Also wirklich, der ist halt einfach so extrem dicht gepackt, was diese Gags angeht und was also so zum Beispiel wie diese ganzen Leute, die in dieses Komplott involviert sind, wie die sich eigentlich den ganzen Film über selbst verraten. Also das ist herrlich, wenn man das, und ich habe den jetzt wahrscheinlich zum fünften, sechsten, siebten Mal gesehen. Ich wollte, ich habe den auch X-Fahr. Naja. And here are the Andys. Both named Andy. He's good. You've got a mustache. I know. I'm sure Doris doesn't mind a little manpower. Cox. Die ja übrigens auch supergeil in Broadchurch ist. Die einen Oscar bekommen hat letztes Jahr. Echt? Dieses Jahr. Für? Ja. Also Best Supporting Actress, aber ich weiß nicht für welchen Film. Okay. Die ist übrigens auch bei, ich weiß nicht wie viel du von Mitchell & Webb gesehen hast, dieser britischen Comedy Show. Mit Numberwang. Ja. Sie ist die Kandidatin bei Numberwang. Ach, gibt es immer nur eine? Ja, das sind immer dieselben beiden Kandidaten. Aber die hat auch schon tausend britische Produktionen mitgemacht, oder? Also ich glaube, ihr habt es schon überall gesehen. Und halt größtenteils Comedy. Ja. Ja, deswegen ist es halt auch so geil, wenn man die dann mal in Broadchurch sieht, wie gut die halt auch andere Sachen bedienen kann. Ja. Ich finde die schon ziemlich groß, die beiden. So die ersten beiden. Ja. Das ist halt so. Das ist ja auch dann die Cornetto Trilogie. Ja. Quasi so übertrieben. Anything from the shop, Cornetto. Brain freeze! I don't have a different shop. Also auch die Verfolgungsjagd. Good morning, Sergeant Angel. Look at his ass. Die Verfolgungsjagd von dem Shoplifter, die ist auch ganz großartig. Der so ein Typ in so einem lila Trainingsanzug, der in so einem Action-Stakkato auch verfolgt wird von Angel. Wo er dann halt auch irgendwie über den Zaun springt. Meint von dem Ding, never take a shortcut. Und dann beim zweiten, also so übert es hin, knallt. Oder ich glaube nicht, er fällt so geil, ne? Nein, also Simon Pegg schafft das überall locker drüber. Macht in meinem letzten sogar noch einen Salto-Überschlag. Ja, okay, ja. Und Frost bricht schon durch den ersten durch. Also geil wie eine Robbe klappt der beim Laufen nach vorne weg. Und im Bauch drückt der so weg. Der hat auch eine geile Physis. Aber so süß. Es gibt auch so diese Nummer, wo die beiden im Regen stehen. Ja. Und er so beleidigt wegrennt. You know what? You can't switch off. Und dann hat er diesen geilen paddeligen Gang. Auch von jemandem, der einfach nasse Klamotten hat. Ja, und Pegg hat ja dann halt ganz normal seinen Polizeihut und den halt in so eine Folie gepackt. Und er hat auch, weil das so ein Jahrmarkt war, so einen kleinen Cowboy-Hut, den er in Folie hat. Also auch so ein kleines süßes Detail. Und hat, glaube ich, den geschossenen Affen oder sowas. Genau, genau. Monkey! Und das ist auch super, weil die Kamera hält halt ewig drauf, wie Frost da wegrennt. Ja. Auch diese ganzen Unfälle. Also Unfälle. Accidents happen all the time. No, they're not! My perfect Sunday. Auch die beste Inszenierung von Romeo und Julia. Love me, love me. Boom! Oh! Ja, stimmt, wo der, dieser Schauspieler da halt dann den bösen Unfall hat, wo er sich den Kopf verloren hat. Drive safe! Oh! Ach, da ist doch hier, ähm... Yarp! Ja. The Hound. Genau, The Hound. Ja. Super geil. Rory McCann. Ja. He lives with his mother and sister. Both of them. Same person. Ach, der Kampf im Supermarkt fand ich halt auch so geil. Ja, der ist auch, also, weil alles halt einfach so staccatoartig inszeniert, beziehungsweise gefilmt ist, dass du diese, durch dieses Zerhacken des Bildes hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du bei Saving Private Ryan, der macht, das war, glaube ich, einer der ersten Filme, die das gemacht haben, Tony Scott und Ridley Scott machen das auch ganz gerne, dass du halt einfach so ein, dass du diese Bewegungsunschärfe, die du normalerweise hast, die wird dann halt quasi weggelassen, weil du es ein bisschen anders filmst und das gibt dir halt bei so Schlachten noch ein viel krasseres Gefühl, in so einem desorientierenden Chaos zu sein. Aber gleichzeitig mit so super geschärfter Wahrnehmung, ja. Aber wir sind ja ganz schön weit weggerutscht, weil du mich gefragt hast, wie ich den ersten oder beziehungsweise Baby Driver finde, glaube ich. Ja, aber wir können jetzt, machen wir es doch chronologisch. Okay, okay. Okay, okay, aber dann willst du jetzt zu Baby Driver springen. Warum nicht? Dann springen wir jetzt zu Baby Driver. Nee, da fand ich, habe ich dir erzählt, dass ich den Rhythmus sehr geil fand, also das, das, obwohl ich musikalische Filme sehr scheiße finde, fand ich das da sehr angenehm, auch dass er immer diese Musik braucht und dass er auch darüber den Rhythmus und dann halt auch sich in die Sekunde, wenn halt irgendwas verschoben ist, meinte, okay, warte und dann wieder auf Stopp und zurückgemacht hat, dass er halt dann hundertprozentig zur richtigen Zeit halt seine Musik begonnen hat und dann, dass das später dann auf alles, also auf Kämpfe und Schießen und sonst was immer auf den Rhythmus der Musik halt getimt war. Aber ich dachte, das ist auch aufregend. Es sorgt halt vor allem noch, es sorgt noch stärker dafür, dass man sich als Zuschauer quasi in der Baby Driver Rolle fühlt. Ja. Dass die Musik halt auch für dich als Zuschauer so eine entscheidende Rolle spielt. Ja, du siehst ja halt auch alles in dieser musikalischen Welt dann. Du siehst dann plötzlich nicht mehr so das Rumgeballer, sondern durch den Rhythmus siehst es halt wieder ganz anders. Also es hat so ein bisschen den Touch von Face Off, als der kleine Junge von wem auch immer einen Kopfhörer aufkriegt und hört dann klassische Musik und sieht dann halt alles Zeitlupen mäßig, wie halt dann alle sich da total zerhackstückeln mit den Waffen. Klassischer John Woo. Und ja, und das Bild wird halt anders dadurch. Ja. Und da ist es halt dann, dass du genau seine Musik hörst und alles ist total auf den Rhythmus gebracht. Und es ist gewalttätig und brutal, aber gleichzeitig ist es halt eine Choreografie, die so stimmig ist. Ich finde ja auch, also was aber daran schön ist, dass anders als bei Regisseuren wie Michael Bay oder John Woo sind halt bei Edgar Wright nicht nur die Action-Sequenzen so eine Choreografie. Sondern auch die Sequenz, in der Baby Kaffee holt. Oh, dieser ganz lange Shot. Ja, das ist schon, also wie spektakulär das schon inszeniert ist. Die ganze Straße, der Kameramann, dass das halt alles, der Steadicam Operator mit seinem Assistant, dass da nicht, ich meine, du weißt ja nicht, wie viele Takes gemacht haben. Ja, aber ich meine, also man ist ja inzwischen sogar ein bisschen verwöhnt davon schon. Also einfach so Haunting of Hill House hat einmal so einen, ich glaube, 15-minütigen oder 20-minütigen. Bei der Beerdigung, ne? Genau. Wo die halt immer die, das ist ja auch so geil, ey. Und die großen Game of Thrones Schlachten haben alle irgendwelche One-Tags drin. Also bei der Battle of the Bastards oder wo der Drache die Loot-Train angreift. Also daran ist man inzwischen ja fast schon ein bisschen gewöhnt. Großen Pornos. Genau. Ja. Aber das ist halt auch bei so, Entschuldigung, ich habe gerade meine Erinnerung zu Cockhunters 4, this time it's on the dick, Revue passieren lassen. So, dass man es halt auch wirklich, so was Banales wie Kaffee holen für ein paar Leute. Mhm. Halt wirklich auch spektakulär sein kann und halt die Aufmerksamkeit total hält. Weil das passiert ja nicht. Besonders, ich finde, sie baut sich halt mehr und mehr auf, wenn du merkst von wegen, das ist halt eine Einstellung. Das ist eine Einstellung. Der ist im Laden, kriegt halt sein Getränk, geht raus, hört wieder Musik. Und dann bist du, je weiter das geht, immer gebannt, da denkst du, was, die gehen über die Straße, dreht sich, die ganzen Autos, die ganzen Leute im Hintergrund, allen Scheiß, was gerade passiert. Alles inszeniert für diese, ein Shot, alles am Stück. Und man hat sofort eine Connection zur Hauptfigur dadurch. Ja. Ja, wie er halt die Welt sieht und wie es für ihn ein Tanz durch die Welt ist. Was ich ja nach denen mir auch ein bisschen angst, weil ich den vorher, glaube ich, gar nicht kannte und dann gesehen habe, wie das ja auch Tänzer ist. Ich glaube auch Tänzer, ja. Und Sänger und, also, das sieht man ja halt auch alles. Der ist halt auch so filigran und zart. Ja. Passt ganz gut, ja. Also der war halt, natürlich hatte der voll was Amerikanisches, so, weil es auch einfach Amerikanisch war. Also hatte jetzt nicht diesen Grundlegend, dass man sagt, von wegen, Peck ist immer so dieses gleiche britische Style. Also das war schon, da hätte ich jetzt keine, also auf Annipe hätte ich da jetzt nicht eine Parallel geschlagen zu anderen Peck-Filmen. Wäre mir nicht aufgefallen. Wright. Wright, wäre jetzt mir nicht aufgefallen. Dir? Aber du wusstest es. Ja. Nee, ja schon, also wie er mit Schnitten und Kompositionen arbeitet, das ist halt eindeutig Edgar Wright. Okay. Also Schnitte, Übergänge, beziehungsweise auch die musikalische Inszenierung, also das kriegt halt nur er hin. Okay. Also diesen Tanz der Action dazu zu inszenieren. Ja. Ja, also ich meine, er ist halt auch nicht so komisch wie die anderen Filme von ihm. Das stimmt. Das ist halt auch, deswegen finde ich auch, also im Trailer halt falsch beworben. Also im Trailer war es so ein Action-Ding einfach nur wahr, oder? Nee, die ersten Trailer, die ich gesehen habe, das war halt, sah halt aus wie die typische Edgar Wright Comedy. Okay. Also halt auch diese Sache mit den Mike Myers Halloween Masks. Ja. Achso, das stimmt. Also das, was ja im Film auch noch wie ein Gag spielen, aber dann wird es einer. Michael Myers. Ja. Achso. No, the mask from Halloween. This is a Halloween mask. Ja, aber wo ja dann am Ende, das heißt, jemand umgebracht wird, weil irgendwas nicht klappte. Und ja, also der ist halt einfach nicht so komisch, wie er in den Trailern verkauft wurde. Aber halt auch ein super Action-Film und auch halt eine andere Art und Weise Action zu zeigen. Ja. Und ins Bild zu setzen. Ja, irgendwie elegant dadurch. Ja. Durch Musik und Choreografie. Was war jetzt der vierte? Wir haben noch Scott Pilgrim vs. The World. Ah, ja. Das ist wahrscheinlich der, den du am wenigsten kennst, oder? Ja, ich glaube, ich habe den einmal gesehen. Ich habe den auch ein paar Mal gesehen. Ja. Ich weiß halt nur, dass da irgendwie so krasse Comic-Bilder quasi umgesetzt wurden. Der basiert auch auf einem Comic. Ja, okay. Scott Pilgrim vs. The World basiert auf einem Comic, der noch nicht fertig war, als ich es gedreht haben. Wie, noch nicht fertig? Das Buch war nicht fertig? Genau. Also halt, die Ausgaben waren noch nicht durch. Die halt quasi diese Geschichte erzählen, die auch der Film auch erzählt. Deswegen endet der Film auch anders, als die Comics enden. Wollte ich gerade sagen, da haben sie sich dann irgendwann bis zu dem Teil, wo es Bestand war, haben sie dann frei enden lassen. Ja, beziehungsweise sie wussten es irgendwie, der Comic-Autor hat sich umentschieden, dann wie er es enden lassen möchte. Also irgendwie sowas. Es gibt auch noch ein alternatives Ende von dem Film, was glaube ich eher so ist. Aber sobald sie die Rechte haben, können sie auch schreiben, was sie wollen, oder? Ja, klar. Aber es ist ja trotzdem für eine Adaption selten, dass sie, also ich meine, Game of Thrones hat das ähnliche. Ich wollte gerade sagen, was war das, die letzten, die ganze letzte Staffel oder was war? Die letzten drei Staffeln, sechs, sieben, acht. Die waren alle frei? Ja. Also, aber hätten eigentlich, weil Tolkien, ne, wie heißt er? George R. R. Martin. Ich will mal Tolkien sagen. Weil er nicht in den Puschen kam, ne? Also er war jetzt nicht aus dem Boot raus, sondern er hat immer gesagt, ja, 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 ja. Und dann hat er die Dinger nicht geschrieben, ne? Oder was war das Problem? Tja, was heißt nicht aus dem Puschen? Ich meine, es dauert halt. Vor allem seine Bücher werden halt dicker und dicker von Buch zu Buch. Ja. Und es dauerte aber länger als erwartet. Also ich glaube, das ist was, worauf, was jetzt Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres erscheinen soll, The Winds of Winter. Das ist aber nicht aus seiner Hand, oder? Doch. Achso, ich meine jetzt nicht das Buch, sondern es gibt auch dieses Prequel 5000 Jahre zurück. Achso, äh, doch, das schreibt er auch mit. Er schreibt exklusiv an den Drehbüchern, aber es gibt kein Parallelbuch dazu. Achso, ähm, ne, es gibt kein Buch dazu, aber es ist alles, äh, es gibt halt noch ein bisschen mehr Hintergrund als bei, als in den Game of Thrones Büchern. Und es gibt nicht nur die, ähm, Song of Ice and Fire Buchserie, sondern es gibt auch, äh, er hat immer zwischendrin mal, es gibt so eine Geschichtensammlung, die 150 Jahre, 200 Jahre vor dem Anfang von Game of Thrones spielt, äh, wo es um den Ritter und seinen Knappen geht, die durch die Lande ziehen und so ein bisschen die Welt erkunden dabei. Bauen, chicka, bau, wau. Ähm, Dunk and Egg. Und, ähm, da sieht man halt ein bisschen die Welt aus der quasi Bodenperspektive von zwei Leuten, die immer so an den Hof kommen, um da ihre Dienste zu verkaufen. Ähm, dann gibt es The World Book, was quasi so ein Almanach ist, der geschrieben ist. Der Sportalmanach. Aus der Perspektive eines der, äh, eines der Meister. Ich wollte einfach nur ein bisschen Stimmung machen. Ähm, oder. Wenn du dich jetzt hier verlierst in deinen. Äh, die Geschichte der Targaryens, der Targaryen-Familie und den Targaryen-Bürgerkrieg. Also die gibt es alle als einzelne Bücher und da wird halt immer mal wieder über die Long Night geredet. Wie heißt denn jetzt die neue Serie, das Prequel? Also, Giorgio R. Martin hätte gerne, dass die auch The Long Night heißt. Also, das wird eine Miniserie oder was? Nee. Okay, aber, also das ganze Ding soll dann The Long Night heißen. Aber da ist doch quasi auch ein Game of Thrones. Da gibt es doch bestimmt auch den Kampf um den Thron oder nicht? Derzeit ist der Titel Blood Moon. Also, einen Thron gibt es da noch nicht. Ach, den, ach stimmt, das ist ja der Thron, der aus den ganzen Schlachten gebastelt wurde. Ja, genau, vor 300, 300 Jahre, bevor die Serie anfängt. Okay, also die Serie. Und das jetzt 5000 Jahre? Ja. Okay, aber im Endeffekt geht es ja auch um Macht, was ja halt dann irgendwie… Ich glaube, es geht eher um das Überleben, weil das halt wirklich die erste Invasion der White Walker ist. Ja, aber die White Walker wurden doch kreiert von diesen… Und genau, darum geht es auch, wie die White Walker geschaffen wurden. Weil die Menschen so rabiat. Ja. Ja, so gesehen haben wir ja trotzdem wieder die Macht und sonst was. Also, ist ja nicht von wegen Überleben, wir haben gar nichts gemacht, sondern wir haben die ganze Zeit quasi Macht und Macht gehechelt. Also, ich glaube, worum es dann stark gehen wird, ist die Gründung von House Stark. Okay. Und den Bau der Mauer. Und wie die Dillow Warriors. Und wie die Mexikaner für die Mauer bezahlt haben. So. Nein, aber Scott Pilgrim vs. the World ist ja auch ein amerikanischer Film von Edgar Wright. Also, der ja auch, auch wenn er einen Kanada spielt, aber der ja auch, ich glaube, keine großen britischen Darsteller zumindest hat. Aber immer mal wieder so ein paar relativ bekannte Gesichter in kleineren Rollen. Wie gesagt, das ist halt ewig… Also, Chris Evans spielt zum Beispiel mit. Der Captain America. Ah. Er spielt da einen… Wie, der ist Brite? Nee, nein. Ich meine, generell größere Filmstars. Also, der spielt da einen Filmstar. Brandon Routh oder Routh, der Superman gespielt hat in Superman Returns, auch an der Seite von Kevin Spacey. Das war doch so ein richtig scheißiger, scheiß Film, oder nicht? Ich habe den gar nicht gesehen. Ich glaube, ich… Aber, warte mal, hat der Kevin Spacey nicht einen Bösewicht gespielt? Kevin Spacey hat den Lex Luthor gespielt, genau. Aber Twist, der eigentliche Bösewicht, war Bryan Singer, der Regisseur. Bryan Singer, kannst du mal in seinem Wikipedia dir anschauen. Da gibt es ein extra Paragraf zu Sexual Misconduct. Dann passt er ja zu Kevin Spacey. Ja, naja. Naja, der spielt den Bassisten in Scott Pilgrim, Brie Larson, die die Sängerin spielt. Und die Ex-Freundin von Scott Pilgrim, die ist inzwischen Captain Marvel. Ja, jetzt wäre er dann noch so klein. Der Bruder von Macaulay Culkin spielt den Mitbewohner von Scott Pilgrim. Macaulay Culkin hat einen Bruder. Ja. Ich hoffe, den dicken Serienbruder. Der ist ein Vogelspinne, er klaut. In Kevin Alleinsterhaus? Ja, nee, weiß ich nicht mehr. Egal. Die haben ich, glaube ich, seit 1992 nicht mehr gesehen. Was? Beziehungsweise… Der guckt gerade… Was? Zwei Hunde eingehört. Macaulay Culkin heißt auf Twitter Incredible Culkin. Mein Humor. Auf Instagram vielleicht auch, wenn er da ist. Was macht der jetzt gerade eigentlich? Weiß ich nicht. Neulich tauchte er so in meinen Kreisen auf. In deinen Kreisen? In meinen Kreisen. In meinen Online-Kreisen. Beim Klettern, Hänger irgendwo. Einer der Podcasts, die ich höre, die haben auch so eine YouTube-Videoanalyse mit viel Humor-Serie namens Mr. Sunday Movies. Und da wird Macaulay Culkin noch öfter erwähnt. Es gibt ja manchmal so Videos, wer würde gewinnen, Macaulay Culkin? Also Kevin McAllister oder der Predator? Aber Kevin McAllister kann sich das Wochenende vorbereiten auf den Predator. Und der Predator, musst du ihn nach Hause? Ja. Verdammt. Dann wird es schon wieder spannend. Durch den Keller durch. Und Macaulay Culkin hatte das irgendwie gesehen, die Videos. Und hat auf Twitter geschrieben, I just wasted a weekend watching Mr. Sunday Movies Videos. Fandst du nicht auch, dass der irgendwann aussah wie der junge Boris Becker? Ja. Sein Bruder auch. Also wenn man es weiß, dass es der Bruder von Macaulay Culkin ist, die sehen sich beide extrem ähnlich. Nur, dass der Bruder halt dunkle Haare hat. Ich habe irgendwie in den 90ern nur mitgekriegt, irgendwelche Drogeneskapaden, geheiratet siebenmal und sowas. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was der jetzt macht, wie der aussieht. Ein bisschen wie Scrubs. Also ich meine, der hat keine Drogeneskapaden. Like Breath? Ja, der hat dann irgendwann, hat er nach Scrubs, hat er irgendwie Garden State und dann rumgepimmelt mit seinem Geld. Und dann hat er nichts mehr von ihm gehört. Er hat noch ein paar kleinere Indie-Filme gemacht. Ja, das hast du auch jetzt. Er hat dann eine Serie, die gefloppt ist. Und jetzt dreht er, glaube ich, gerade wieder irgendwas. Aber der hatte halt so viel Kohle, dass der halt immer irgendwie, also der war sicher, ne? Der hat er selber produziert, aber immer so sicher, dass er nicht sagt so von wegen, ich stecke hier Geld rein, scheiße, es wird nichts. Oh Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Sondern. Ja, es gab diesen Kickstarter-Skandal, in Anführungszeichen. Wo er halt Geld auf Kickstarter-Crowd gefundet hat, was er eigentlich aus eigener Tasche hätte bezahlen können. Warum hat er das gemacht? Naja, ich meine, Kickstarter ist halt nicht nur dafür da, um Leute zu involvieren und halt vorher ein bisschen Einkommen zu sichern. Ein bisschen Werbung, oder was meinst du? Das ist halt auch ein Marketing-Instrument, ja. Achso. Weil du halt weißt, dass die Kampagne Aufmerksamkeit generiert, die du halt als normaler Indie-Film nicht hättest. Müssen wir umsetzen. Kopf drehen. Aber ich, also ich finde, Scott Pilgrim ist auf jeden Fall der extremste Film, was Kameraeinstellungen, Kamerafahrten, Übergänge und Schnitte angeht. Da gab es doch dann halt auch mal so eine Freeze im Comic-Style, oder? Ja, ja, Freeze im Comic-Style. Oder um die Hauptfigur herum gehen die Lichter aus. Und solche Geschichten. Es gibt einen Dialog, den Michael Cera und die, die seine minderjährige Freundin spielt, führen, während sie gehen. Und jedes Mal, wenn die Kamera von einem zu dem anderen schneidet, sind sie irgendwo anders. Also sie gehen in diesem Gespräch halt quasi einmal quer durch die Stadt. Und obwohl das halt eigentlich überhaupt keine Continuity respektiert, kannst du halt trotzdem total dranbleiben, weil die Schnitte stimmen. Also der ist halt extrem, Scott Pilgrim ist extrem spielerisch damit, wie viel du weglassen kannst und als Zuschauer verstehst du trotzdem noch, was gerade abgeht. Also halt auch so, es gibt, was man, glaube ich, mit seiner Schwester reden will und er ist im Café in der Telefonzelle und ruft sie auf Arbeit an. Auf Arbeit. Sie arbeitet als Barista. Barista ist doch kein Beruf, ey. Und sie sagt, sie muss sich halt nur noch kurz fertig machen, nimmt sich halt, sieht sie von der Telefonzelle aus, sie nimmt sich die Schürze ab, plötzlich klöpft es an der Telefonzelle und es ist seine Schwester. Was klöpft denn hier? Also das auf jeden Fall, wirklich, ja, gewagt, der Exzentrische, vielleicht vom Schnitt her, was das angeht. Ich finde, also schwierig ist doch eigentlich nur Hot Fuzz oder Shaun of the Dead, oder? Für mich ist es Hot Fuzz oder Scott Pilgrim. Echt? Ja. Shaun of the Dead gar nicht. Ich liebe Shaun of the Dead, aber... Hast du auch schon öfter gesehen? Ja, sicherlich auch fünfmal, Minimum. Und ich finde, dem fehlt noch ein bisschen die technische Präzision, die die späteren Filme ausmacht. Ja. Also gerade auch verglichen mit Hot Fuzz, Hot Fuzz hat es schon. Aber ich finde, man sieht halt, dass es ein unheimlicher Spaß für alle war. Ja. Also allein, also dieser Anfang finde ich halt so geil, dass man eigentlich schon zeigt, dass alle schon in so einer Zombie-Welt leben. Mit irgendwie am Rechner sein, an der Kasse stehen, Tag ein, Tag aus, an der Bushaltestelle und die Musik dazu. Und das ist so ein schönes Bild, was die kreieren. Vielleicht auch deswegen, weil man das Gefühl hat, da ist so, also da ist so viel professionelles System dahinter weggebrochen, weil die halt, also da ist mehr Herz als Struktur, so. Man sagt ja auch immer, Zombie-Filme kommen halt immer in so Epochen wieder, in denen es um sinnlosen Konsum geht. Zombies halt, deswegen sind Zombies gerade auch so beliebt, weil die erste große Zombie-Welle kam ja mit George Romero's, ja, George Romero's Dawn of the Dead. Und da ... Ich glaube, den habe ich nie gesehen, das Original. Ich habe ihn auch nie gesehen, aber der ist halt so in die Popkultur eingesunken, das ist, als ob du jetzt Psycho siehst. Okay, dann sollte ich den mal sehen. Also, nee, aber das ist ... Psycho finde ich ziemlich gut. Ja, eben, aber das ist halt, du weißt halt schon alles, was im Psycho passiert. Ja. Also halt ... Aber es ist trotzdem noch ein krasses Spiel, wenn du Psycho siehst. Ja, aber der große Twist, dass die Protagonistin nach 30 Minuten stirbt, ist, also du weißt halt, was passiert, wenn sie in der Dusche steigt. Jeder, du musst den halt nicht gesehen haben. Ja. Genau, und George Romero's Dawn of the Dead, da verschanzen die Überlebenden sich ja in der Mall. Das ist halt auch tausendfach adaptiert, ne? Ja, klar. Also, witzigerweise auch eine neuere direkte Adaption von Zack Snyder. Okay. Also dem 300-Regisseur. Ja. Und jetzt bekannt dafür, dass er von gekränkten Fanboys als Gott verehrt wird. What? Es gibt im Internet eine riesige Debatte. Was sind Fanboys? Leute, die nicht einsehen können, dass auch irgendwas schlecht ist, was sie mögen. Das sind Fanboys. Ja, was du eigentlich magst. Zum Beispiel, du bist ja auch großer Superman-Fan. Wie fandest du Batman vs. Superman? Haben wir ihn zusammengesehen? Genau. Ja, aber da ist man so, also ich bin ja jetzt in dem Sinne nicht Fan, das hält einen Scheiß-Simon, genauso wie Superman Returns oder irgendwas. Ja, aber Superman ist ein Charakter, mit dem du was anfangen kannst. Also ich meine zum Beispiel Smallville finde ich halt total geil, aber ich weiß auch ganz genau, dass es eine super 90er Trash-Serie ist, die eigentlich nur eine dünne Variante von Dawson's Creek mit Superkräften ist. Also ich meine, wie oft die reden über den Vater-Konflikt, was ich total wichtig finde. Dann sehr, sehr amerikanisch, katholisch gehauchte Scheiß-Moral, was du schon wieder an Bill Cosby erinnerst, was ich letztens so gedacht habe, wo war das bei Seth Meyers, als er dann irgendwie so ein altes Video gezeigt hat, wo Cosby, Crosby oder Cosby? Cosby. Cosby, Bill Cosby. Crosby und Nash sind ein Country-Duo. Wie Cosby halt erklärt hat, warum Leute im Gefängnis sind, weil sie böse Sachen und sonst was gemacht haben. Und wenn man die, ja, gut erklärt, deswegen sitzt du. Ja. Deswegen erzähl ich das jetzt gerade, wo waren wir gerade? Achso, ja, dass ich halt, das ist nicht so, also so fanmäßig. Genau, es gibt halt Leute, die sind dann halt, die verteidigen dann alles und suchen die Qualität darin. Also gibt es auch Fangirls? Ja, ja, nur Fanboys. Oder Fanqueers? Ich glaube, Fanboys, ehrlich, es werden größtenteils Männer sein, die so butthurt. Äh, die Sachen verteidigen. Butthurt? Ja. Äh. Ja, auch, äh, schön kann ich nur empfehlen auf Twitter, wer ist denn das? Shitty Gamer Takes. Wenn halt irgendwelche Videospieler, ähm, die schlimmsten Sachen im Internet sagen. Also, es ist ja wirklich, bei Fortnite muss ja nicht in jeder Season einer der Charaktere schwarz sein, oder? Jetzt reicht's ja auch mal. Mhm. Und, äh, und solche Sachen kann ich nur empfehlen, das ist immer, immer wieder amüsant. Ähm. Hast du eigentlich die, äh, diese Weltmeister-Fortnite? Nee. Nee. Noch nie wurde so viel beim E-Sport-Event ausgespielt an eine einzige Person, der irgendwie so ein kleiner Junge, der mit seinen, was war das, 11,7 Millionen nach Hause gegangen ist und seine Mutter nie wieder sagen kann, er macht Blödsinn. Hör auf, Videospiele zu spielen. Mom. Fang du mal an, Mom. Okay, okay. Das Haus gehört mir. Äh, okay. Das ist echt eine bizarre Welt, genauso wie. Gestern wird erst, wenn du Candy Crush durchgespielt hast. Also, ich hab auch gedacht, so, äh, so Sachen, wenn halt irgendwie Mädels und Jungs die ganze Zeit vorm Handy sind und sich dann halt irgendwie stylen und fotografieren und sagen, was sie wieder für Neues, also irgendwelche Hauls beschreiben und dann kannst du ja dann halt auch nicht sagen von denen, also klar kannst du sagen, lass den Scheiß, aber du weißt halt auch, dass da Leute Millionen mitmachen und so. Und das ist halt so, also heutzutage ist halt. Ja, aber auf der anderen Seite ist es halt so, wenn du, wenn du merkst, dein Sohn ist so ein untalentierter Fußballspieler, der eine Scheunentor aus drei Metern nicht trifft. Und der sagt, aber Messi verdient im Jahr 260 Millionen. Ja. 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 Aber. Aber es gibt halt für alles große Beispiele. Ja, also ich überlege hier, Beuys hat ja auch irgendwann durchgedreht und hat Scheiße gegen seine Leinwände geschmissen. Und da kannst du jetzt auch nicht sagen, wenn jemand eine fäkale Phase hat von ihm, lass das. Also, kannst halt nur hoffen, dass das halt publik wird und sich gut verkauft. Gut, vielleicht mit 37 im Büro sollte man dann mal das unterdrücken. Nee, lass das raus. Ja, Timo, mal jetzt das ganze Büro an mit deinem eigenen Gedanken. Ja, wie die deutsche Politik uns sagt, Braun ist voll im Trend. Äh, nö. Ja, wir können auch kurz ein Wort verlieren, wenn wir uns der Einstundenmarke nähern. Naja, ich würde dir eh sagen, relativ schnell gemeinsame Schnittwänge haben wir bei. Konsensentscheidung, hotfass, ja. Aber trotzdem noch kurz zu World's End was sagen. Ja, sag was zu World's End. Ich fand's schade. Ich war sehr enttäuscht, als ich den gesehen habe. Also, die Pappmeile. Es ist schon auch ein technisch sehr gut gemachter Film. Und auch wie in anderen Filmen, die Schnitte sind toll, das visuelle Storytelling ist toll. Aber irgendwie ist es so ein bisschen unterwältigend. Ich hab den ja letztens noch mal gesehen. Und ich muss sagen, ich hab's jetzt über quasi drei Viertel hinaus geschafft. Aber es ist für mich wie zwei Filme. Also, bis zu diesem Punkt natürlich ... Du trinkst auch bei jedem Pub dann ein Bier mit, ne? Genau. Es ist halt diesen ... Bis zu diesem Punkt, wo sie halt im Bad sind und dann halt gegen die Außerirdischen oder Roboter oder Klone oder was auch immer kämpfen. Bis dahin ist es halt, hab ich gedacht, das ist eine unheimlich gute Basis für einen Film. Dieser Typ, der halt nicht erwachsen werden will, beziehungsweise das war seine beste Zeit. Er war der König halt auf der Highschool. Was ich auch, ich find's immer lustig, dass das immer Simon Pegg macht, der weder aussieht wie der König auf der Highschool, noch wie so ein super trainierter Cop. Das ist Simon Pegg. Sein Schulterumfang ist ungefähr 1,5 Mal Kopf. Aber ich find halt auch die anderen Figuren geil, was aus denen geworden ist und so. Und das ... Ja, weiß ich nicht. Also, das ist schon ... Und ich möchte nicht wissen, wie viele weltweit diese Golden Mile danach versucht haben zu machen. Also, allein, weil die auch immer Pints trinken. Das sind ja, glaub ich, zwölf Pints. Das ist ja dann auch nochmal ordentlich. Also, das ist ja dann nicht ein 0,3er Bier, das wir ja schon mal machen wollten. Ich weiß ja auch schon, ja. Ich weiß ja auch schon noch zu schätzen, wie beharrlich Simon Pegg's Figur dann darauf besteht, es trotzdem noch durchzuziehen. Stimmt, bei dem einen Kampf, wo es dann passiert, wo sie sich dann durchschlagen und er versucht dann nicht irgendwie diesen Laden zu schützen oder sich oder sonst was, sondern dieses eine scheiß Bier reinzustürzen. Ja. Ja. Aber ich meine, das ist ja halt auch dieses, also, dass er ja zum Schluss kommt ja halt auch raus, dass er schon einen Selbstmordversuch hinter sich hat und so. Und dass er, ja, das total gebrochen ist. Und das ist das Einzige, woran er festhält. Und deswegen finde ich eigentlich, dass diese Figur noch so viel mehr hätte als so ein überzogenes, nicht greifendes Science-Fiction-Auflösungsgedöns. Also, ich fand, die Figur war, als er da heult, das war so viel. Und dann zu sagen, ja, aber wir kehren das alles unter den Teppich und geben jetzt halt irgendwie so eine Alien-Parade, das ist so schade. So, ich dachte, weil er halt bis dahin nicht schlecht ist, finde ich. Was ich aber mag, ist, dass es einfach dann, dass es nicht ist, die Menschen besiegen die Aliens, sondern die Aliens hauen dann ab. Ja, weil die versuchen auch im Gespräch das zu klären. Ja, und die Welt stürzt in die Steinzeit zurück. Ja, weil sie dann halt auch gesagt haben, wir haben das alles gemacht, wir. Deswegen, wir sind zwar da, um euch zu kontrollieren, weil wir wissen wollen, glaube ich, was Seele oder Liebe oder irgendwas ist so. Aber ihr habt uns alles zu verdanken. Und er dann halt einfach mit so einem dummen, weiß ich, mitteleuropäischen Trotz-Suff, so von Dingen, nein, wir können frei entscheiden. Und wenn ich halt diese komplette Welt nehme oder halt einfach meinen Kopf durch die Wand, nehme ich meinen Kopf durch die Wand. Und der so, ja, dann scheiß da drauf, dann haben wir ab. Dann ist aber alles weg. Ja, dann ist halt alles weg. Und dann halt im Suff auch froh darüber ist. Und das Geile ist ja auch, dann gewinnt er quasi auch, weil er danach ja dann halt irgendwie mit seinen Clone-Buddies aus seiner Jugend dann halt irgendwie durch die Lande streift und halt irgendwelche Nazis halt klatscht. Also das ist halt dann, was ja auch wieder ein süßes Ende ist, wo man denkt, so ein bisschen Moral. Aber trotzdem, dazwischen denkst du so, ach, das hätte ja was anderes, also es muss auch nicht zu tief greifen werden. Aber es geht ja halt auch bei den anderen Dingern um Freundschaft. Und da hätte er das auch wieder, also da geht es ja auch darum, aber dann so bizarr aufgelöst. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es echt tausend Versionen gab, dass sie auch irgendwie was anderes damit machen wollten. Dass sie nicht gleich gesagt haben von denen, das wird sowas, sondern ich glaube, diese Golden Mile stand irgendwie im Kopf am Anfang oder irgendwie dieses Reunion-Ding. Ich bin mir relativ sicher, dass sie Golden Mile und Alien zusammen schon hatten. Ja, okay. Also weil das ja auch, also dann die logische Eskalation von, du hast so ein Buddy-Cop-Action-Movie. Ja. Du hast einen Zombie-Film, warum nicht halt so ein, und gerade auf so einem Dorf, so wie Invasion of the Body Snatchers, was ja auch, das spielt ja auch in so einer Kleinstadt, wo die Menschen von Aliens, auch von Alien-Doppelgängern ausgetauscht werden. Die so, aah! Ja, genau. Der mit Donald Sutherland. Zum Beispiel, den habe ich nie gesehen, aber wenn du es beschreibst, dann weiß ich immer irgendwas, dieses, aah! Das ist Ende, glaube ich, ist das, ne? Ja, genau, es endet so. Dass er auch quasi, er wurde auch ausgetauscht, ja. Oh Mann. Ja. So wie, es gibt diese Theorie zum Ende von The Thing, von John Carpenter's The Thing, weil am Ende nur noch Kurt Russell und ein anderer da sitzen. The Thing, ist das dieses Ding aus dem All, was so ein komischer Glubber... Nee, das kann, also das ist auch so ein Shapeshifter, das kann immer die Form von, nee, das ist als Parasit, das ist irgendwie ein Parasit oder ein Shapeshifter, das nimmt auf jeden Fall immer die Form von irgendjemand in dieser Arktis-Station an. Was es halt schwierig macht, das zu finden. Und am Ende sind es sich nicht... Ah, ich glaube, im Dunkeln immer mit brutalen Waffen und alle gehen da rein und ballern irgendwas platt oder versuchen, ne? Das ist mehr mit Feuer. Feuer ist gar nicht so ein schusslastiger Film. Und am Ende sitzen die beiden halt da und es gibt diese These, dass sie trinken halt einen Whisky und warten darauf, dass sie erfrieren, weil Eis ist halt der Feind des Ganzen. Und Kurt Russell lächelt am Ende halt den anderen Schauspieler an und die These ist, weil sie vorher mit Molotow-Cocktails gekämpft haben, dass er ihm einen Molotow-Cocktail zu trinken gegeben hat. Aber der Alien weiß natürlich nicht, was der Unterschied zwischen einem Molotow-Cocktail und einem Whisky ist. Ja, das ist Kurt Russell deswegen weiß. Getränkte Socke aus seinem Mund. Ja. Das ist das Einzige, was ihm komisch vorkommt. Ja gut, das weiß der auch nicht. Durch eine getränkte Socke trinken ist bei manchen Alkoholiker auch keine schlechte Idee für eine zusätzliche Filtration. So. Hast du eigentlich diese Netflix-Serie, was ist es, nicht Afterlife? Before Life. Before Life, diese Alien-Scheiße. Was? Ist das? Das war jetzt ein Scherz. Ähm. Nee, nein. Ist irgendwie, also es ist immer als erstes ploppt das irgendwie hoch. Und das ist halt, weiß nicht, diese komische, sieht aus wie so eine Spirograph-Welle. Ach, ich hab, ja, ich hab's angefangen, das hatte ganz furchtbare Kritiken. Und dann hab ich gesagt, ich guck mal in den ersten fünf Minuten rein, aber dann, das hat mir gereicht. Bei mir auch. Ich hab dieses komische Ding gesehen und hab gedacht, ich bin in irgendein so einen Stephen-King-Film aus den 90ern. So Langoliers oder sowas, was am Flughafen da spielt, wo die ganzen, wo die ersten Computeranimationen ins Fernsehen irgendwie gedrückt wurden. Und genau so sieht das Ding aus. Und ich denk so, wie, was, das ist die Bedrohung der Welt und darauf basiert alles? Und da hat keiner von den CGI-Fragern gedacht, baue ich was Schönes? Nee, oder wir nehmen noch hier diese alten, komischen Endlosschleifen aus den 90ern. Die setzen wir rein, machen ein bisschen Schatten und lassen das aufkommen. Ist das eine Bedrohung? Ich dachte, das wäre eher was ... Also ich hab nur kurz den Dings gelesen von wegen irgendwie, Alien bedrohen die Welt, da müssen sie reagieren und machen halt irgendwie irgendeinen Scheiß. Okay. Aber generell, dieser Anfang, da hab ich gedacht, nee, das war's dann. Das hat mich auch dann, weiß ich überhaupt gar nicht, der Vorspann überhaupt kam. Und dann dachte ich, das ist so eine Scheiße, ey. Und manchmal die wissen, wie viele Millionen das Ding wieder kostet hat. Das sah eigentlich so mega teuer aus. Sieht auch ehrlich gesagt nicht so aus, als ob Netflix es produziert hat, sondern eher wie eingekauft. Aber dürfen die denn am Anfang ein Netflix-Produkt? Ja, das machen sie bei einigen Sachen. Okay. Also auch Bright zum Beispiel, dieser Will Smith. Der ist auch keine Netflix-Produktion. Ach so, ach so. Haben sie aber auch gesagt Netflix, ne? Ja, genau, und er hat halt keinen Kinostart bekommen, hat Netflix sich dessen angenommen, was sie ja bei einigen anderen Filmen aufgemacht haben. Nicht grundlos, kein Kinostart, ey. Aber auch bei guten Filmen. Also irgendwie Roma, der auch auf der Oscar-Verleihung war. Ich hab ihn auch nicht gesehen, aber da, wo es so eine Riesendiskussion gab, dürfen Filme, die nicht im Kino laufen, bei den Oscars nominiert sein. Und dann halt so altbackene Leute wie Steven Spielberg, die halt sagen, nee, so ein Kino ist ein besonderes Erlebnis. Und Netflix meint halt, ja, aber viele Leute haben halt keinen Kinozugang oder können sich halt einen Kinobesuch nicht leisten und so ein Independent-Film läuft dann eine Woche. Gilt er dann auch, wenn er bei den Barfilm-Tagen in Coburg gelaufen ist? Nur dann. Das ist eine Minimalvoraussetzung. Ah, den haben wir ja geschickt. Ja, gut, äh, ja, in diesem Sinne, Freunde der Nacht. Findest du ja at gmail.com, falls ihr mal eine richtig geile Frage habt. Oder at Findest Support auf Twitter. Ansonsten Findest mit Dirk und Klaus auf YouTube. Oder alle euren Podcast-Apps in diesem Sinne. Genau.